Der Genschman ist praktisch, ne, wer war, das war, der war, das war ein Politiker. Oder? Naja, war es ein Politiker oder war es keiner, sag ich. Der hat die Mauer praktisch erlebt, ne. Der hat ja nur in Halbsätzen, ne, du hörst ja den gar, der hat ja immer noch, können wir malen, ne, der fängt als Satz an und mit ihm. Also jetzt nehm ich aber. Hat er ja gesagt, ich bin heute gekommen, dass ich euch da den Plan geb und, ne, ihr könnt jetzt. Und dann hab ich die geübelt, die hat dem gar nicht zugehört, ne. Wenn der gesagt hätte, äh, bin gekommen zu sagen, dass ihr könnt euer Trabis wieder einpacken, die stehen im Halbeverbot macht, dass der verschwind, ne. Hätte auch sein können, ne. Doch, der hat den Satz nicht zu Ende, glaub mir's. Um Ihnen mitzuteilen, dass... Ihren... Ausrasen... Schmerkens hab ich noch gemacht, ich konnte gerne schon, konnte ich ausm... Das ist wie so Parodie praktisch, ne. Gibt's. Ah, ihr wart frei, ne. Bin ich heute gekommen, um Ihnen mitzuteilen. Ah, das geht wohl. Rest im Peace.